Er prägte den SCB zwei Jahrzehnte lang. 16 Bietgerber respektierte den SCB-Fans, seinen Namen zu singen. Der Hockeygott hat diese Ansicht nicht. Mit dem könnte Bietgerber wieder fit gewesen sein, wieder einzugreifen. SC Bernet HC Bill 3 für Künzle Madness 1,5 Sekunden vor Ende des Endes SCB-Saison und so endete die kreative Zeit des 40-Jährigen nach 20 Jahren als Spieler bei SC Bern anstelle von verschwitztem S als verletzte Person in bürgerlichen Kledern auf der Tribüne. Es war mit Bill 3 mit Künzle vorbei letztes zweites Tor. Nach 1270 Spielen in der höchsten Liga, sechs Meisterschaftstitel, zwei Tassen, 89 internationalen Spielen und fünf Weltcup-Turnieren. Er liess andere Leuchten andererseits, passt das stille Finish gut zu Bidou, wie jeder in Bern es nennt. Es war neise Dinge im Rampenlicht. Er war nicht einmal den grossen Worten, sondern die grossen Taten, wer hielt seine Knochen dafür, damit andere Leuchten konnten. Immer zu 100% im Dienst des Teams. Sie sind selten geworden, die aus dem Holz geschnitzten Typen, Tierte-Typen. Natürlich liest die Stempellampe den SCB-Fans ihn nicht einfach durch die Rückausgabe, sondern rollt aus Dankbarkeit und sang seinen Namen, bis es auf ihm stand und sie zum letzten Mal winkt. Mach alles nicht falsch und ist schon sehr emotional, sagte er in der Kamera von Müsbord. Das konntest du nicht wirklich sehen. Mit grossen Gefühlen hält Bidou es den grossen Worten ähnlich nicht seitdem. Der Kremper geht weiter Gerberwuchs in Oberlangengby auf. Das zwischen Thun und Langnau liegt sein Debüt in der damaligen NLA. 2003 wechselt die SCB zu einer gegenseitigen Liebe. Eine Liebe, die über sein Ende seiner Karriere hinausbleibt, der Charakterkopf bleibt mit seinem SCB als materieller Manager. Der Kremper fährt fort.